Moin, Moin, Brows und Sisters, mein Name ist Nylis Nylis und heute zocken wir Shellshock Live! Und ich hab direkt ein Double Damage, aber du hast dieses hässlige, pinke Teil. Ja, das ist... Oh, das tut so weh. Oh, du hast ein Double Damage vor dir. Wieso tut dir das weh bitte sehr? Du hast das hässlige, pinke Teil. Ja, es tut weh, okay. Es tut einfach weh. Dein Gesicht tut auch weh, aber dagegen sag ich ja auch nix. Aber bitte, bitte berühr das pinke Teil. Oh mein Gott, sehr schön. Sehr schön. Der wird treffen, der wird... Nein, der wird nicht treffen. Oh mein Gott, der hätte so viel Schaden gemacht. Der hätte so mies viel Schaden gemacht und dann trifft er nicht. Oh mein Gott. Trifft das überhaupt nicht? Ich weiß gar nicht. Bitte lass es nicht treffen. Bitte lass es nicht treffen. Ich bitte dich, lass es nicht treffen. Oh mein Gott. Nein. Es trifft, oder? Nein. Oh mein Gott. What? Okay, niemand weiß, was los ist, aber wir haben beide nicht getroffen. Wow. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt ist das total bitter. Das ist so bitter. Ich glaube es nicht. Oh, du hast sogar Double Damage vor... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das Double Damage bekomme und dich, aber ich werde es probieren. Ich werde es probieren, euch beide zu bekommen. Bitte, Double Damage. Bitte trefft, bitte trefft. 112 Schaden. Es tut mir leid. Wow. Das hat mir getan. Wie geht es dir? Oh, mir geht es super. Wie geht es dir? Mir geht es bestens. So muss es auch sein. Okay. Oh mein Gott. Die Spider. So, so gewinnst du diese Runde. Ha. Du gewinnst diese Runde. 25 Schaden. Ehrlich gesagt, ich bin nicht beeindruckt gerade. Mann. Okay, die Spider macht gar kein Damage mehr bei mir. Bei der Spider hat das was mit Luck zu tun. Ich kann noch gewinnen, da bin ich mir sicher. Du kannst noch gewinnen? Warte mal, wie sicher bist du dir gerade? Mach einfach, schieß nur mit der Waffe, die du schießen willst, okay? Okay, ich schieße mit der Waffe, die ich schießen will. Wow, das wird Damage machen. Ich hätte jetzt nicht... Oh, shit. Bitte, bitte trefft. Okay, lol. Ein Crit. 56 Schaden. Wow. Bitte. Nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was? Das war knapp. Ehrlich gesagt, damit hattest du mich gerade an den Eiern. Ganz ehrlich gesagt, ich denke auch, du hast die Runde verloren. Ja. Vor allem, jetzt kommt die Ghostbomb, die wird zu 100% treffen. Ich meine, die hat so eine riesige Range. Boom. Wow. Aber 30 Schaden sind halt echt nicht viel. Das ist echt gerade... Moment mal. Was? Was? Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Bitte treff mich nicht. Bitte treff mich jetzt gerade nicht. Du triffst mich. Wow. Ich hasse mein Leben. Oh. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es wirklich. Jetzt kommt auch noch dieses pinke Teil. Ey, das ist nicht fair. Ich kann dich gar nicht mehr treffen. Ey, meine komplette Rude ist kaputt und ich kann dich nicht mehr treffen. Ich weiß nicht. Ey, das ist wie Aids und Arsch. Ich habe es gleichzeitig. Oh mein Gott. Bitte lass die Munds doch irgendwie einschlagen. Irgendwie. Was habe ich für ein Pech? Was habe ich für ein Pech? Ah. Und du hast noch ein Quick-Sand? Nein. Du hast noch... Ey, ich hasse mein Leben. Was habe ich für ein Pech? Jetzt kommt wieder so ein pinkes Ding über dich. Da kommt wieder so ein scheiß pinkes Ding über dich. Ey, was soll ich denn tun? Das macht doch gar keinen Spaß so. Ich meine, ich habe dich eben gerade total dominiert und jetzt kommt sowas. Alter, sorry, aber du hast so verkackt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott. Komm her, komm her, komm. Ich kriege... Ich kriege nicht mal die scheiß Kiste. Ich kriege nicht mal die scheiß Kiste. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist gar nicht gut? Das, ich glaube, ich darf nicht mal. Ich probiere es mal. Ja? Mit der Portal Gun? Nee, Pinpoint. Nee, der wird niemals treffen. Sorry, das war richtig scheiße Game. Ja, ich hatte diese Portals, deswegen das war ein bisschen problematisch. Aber das sind zwei Kisten. Wow. Obwohl, ich weiß gar nicht. Werde ich dir eine wegnehmen? Wahrscheinlich. Geh mal davon aus. Äh, ich weiß es gerade gar nicht. Ohne Spaß. Weil ich möchte... Okay, das war kackig. Du musst beide wegnehmen. Carpet Fire. Oh, ich habe beide bekommen. Wie geil ist das denn? Was ist Carpet Fire? Ich glaube, ich werde dich nicht treffen, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Oh Gott, ich glaube, ich treffe dich nicht mal. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Du hast voll wenig Leben. Ich weiß. Wieso beende ich es nicht einfach? Was? 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 Okay, hi. Wie geht's dir? Hi. Hi, gut und dir? Mir geht's gut, auf jeden Fall. Aber was... Ich will... Okay, das wird treffen. Ich darf überhaupt... Es wird treffen, es nervt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das mein Todesurteil war. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Oh mein Gott. Wir hoffen es mal, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber der wird treffen. Der wird treffen. Komm her. Komm her. Wie viel Damage machst du? Okay, du bist tot. Wow. Das war dein Todesurteil. Es tut mir leid, mein Freund. Aber rest in motherfucking peace. Ich mach dich kalt. Ja, ich hatte Hoffnung. Ich hatte wirklich Hoffnung. Ich schmecke dein Blut. Ich bin sehr weit von dir weg. Du hast ein Double Damage. Überlegst du dir nicht... Moment mal. Du darfst anfangen. Oh Mann. Ich will eigentlich gar nicht anfangen. Warte, ehrlich zu sein. Um was wollen wir wetten, dass mein erster Treffer dich treffen wird? Um einen Messerstich. Oh mein Gott, dann muss ich ja treffen. Komm schon mit dem Zick. Ich hoffe, der trifft für dich. Wirklich. Oh mein Gott, okay. Ein Messerstich. Was ist es? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Es ist Zeit, um Schulden einzutreiben. Es tut mir leid. Yo. Du darfst mir einmal mit deinem neuen CSGO-Messer in den Bauch stechen. Darfst du? Darfst du? Oh, ich liebe es, weiße Menschen abzustehen. Okay, okay. Egal. Egal. Es geht weiter. Und das Double Damage liegt relativ geil in meiner Route, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Du hast... Ey, wenn das jetzt trifft, ne? Aber es trifft eh nicht. Ich höre ja erst die erste Runde. Glaubst du wirklich, dass es nicht treffen wird? Nee, ich denke nicht. Das Ding ist, ich habe eine Ghostbomb. Und die Ghostbomb hat so eine riesige Range. Wirklich, guck her. Bitte nicht. Die Range ist riesig. Bitte, 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 bitte. Komm her. Boom. 60 Schaden in dein Maul. Ja, okay. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht traurig. Wieso bist du nicht traurig, hä? Weil ich finde, die war für mich so krass. Bitte trifft, bitte trifft, bitte trifft. Was? Das waren 60 Schaden? Das war schon ziemlich krass. Und ganz ehrlich, dein Schaden, der ist nicht krass. Du hast mir gerade 10 Schaden gemacht. 10 Schaden. Wow. Oh mein Gott. Ich weiß genau, dass du dieses Paket haben möchtest. Ja, will ich auch. Natürlich. Ich mag deine Position gerade gar nicht. Ich mag die wirklich null. Was? Oh mein Gott, scheiße. Nein. Du hast gerade deinen größten Fehler begangen. Denn jetzt bekomme ich durch die Box eine Atomombe. Was redest du da? Was für eine Waffe soll ich immer einsetzen, um dich zu treffen? Wenn du gleich eine Atomombe hast, ist es doch egal, welche Waffe du jetzt einsetzt. Ja, du hast recht. Was ist es? EMP? Oh mein Gott, aber du hast einen EMP-Blast bekommen. Das ist auch AIDS. Ist das gut? EMP-Blast ist gut, wenn ich deine Route habe. Ach so, das. Oh, diese Waffe. Ich weiß nicht. Ich finde sie gut. Ich finde sie gut, aber irgendwie auch nicht. Das Gute daran ist ja, der EMP-Blast ist keine Waffe, sondern ein Item. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich dich da treffen soll. Du hast so eine Kackposition. Ich hasse Items in dem Spiel. Ich hasse Items in dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie soll ich dich da treffen? Ich kapiere das nicht. Du hast so eine Kackposition. Ich treffe dich lieber. Und das mit Sicherheit. Also ich treffe dich jetzt zu 100%. Nicht mit der Portalgun. Nicht mit der Portalgun. Oh mein Gott, das sind 50 Schaden direkt wieder in meinem Maul. Ich gucke gar nicht hin. Ich brauche gar nicht hin zu gucken. Das wird witteln. Echt, ich fand es voll geil, dass die Waffe geknittet hat. Irgendwie finde ich die so nicht so gut, wenn die nicht geknittet. Naja, 50 Schaden direkt ins Maul sind auf jeden Fall eine gute Waffe. Aber die Waffe macht aber neutralen Schaden und ist kein 100%iger Skillshot. Warte mal, du findest 50 Schaden sind neutral. Ich finde das voll neutral. Ich finde das nicht viel. 50 Schaden sind nicht viel. 50 Schaden sind nicht viel. Nein. 50 Schaden sind richtig viel. Aber egal. Du wirst den Schaden gleich respektieren lernen, wenn ich dir ins Maul haue. Komm her, Baby. Komm her. Oh, 16er Krizen. Aber das war es dann auch. Wow. Okay, das war ziemlich gut. Das war gut? Du sagst, dass 50 Schaden nicht gut sind. Aber ein 16er Krizen ist gut? Ja. Ich habe genau deine Route. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Waffen sind so schlecht. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Meine Waffen sind aber auch nicht gerade die besten, um ehrlich zu sein. Okay, du hast wenigstens deinen Krizen gemacht. Dafür kriegst du meinen Respekt. Komm her, komm her, komm her. Boom. Oh mein Gott. Guter Treffer. Oh mein Gott. Und wieder ein Krizen. Sehr schön. 80 Schaden in dein Maul. Boom, boom. Was ist mit dieser Waffe los? Was ist mit dieser Waffe los? Nein, es sind so viele Einzelne. Deswegen krizt die extrem oft. Und ich denke, ehrlich gesagt, das macht 42 Schaden. Ich mag die Waffe trotzdem nicht. Ich mag die Waffe trotzdem nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, diese Runde wird so lange gehen, ne? So, so, so. Bitte. Oh mein Gott. Sehr nice. Ich treffe gerade die ganze Zeit so extrem nice. Ja, du treffst nice. Aber man sieht, dass wir beide richtig schlechte Waffen haben. Wir haben beide total schlechte Waffen. Aber wenigstens treffe ich. Ja, stimmt. Ich meine, du... Oh mein Gott. Wow. 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 Oh mein Gott. Wow. Hat noch jemand den Trickshot gerade gesehen? Weil das war ein mieser Trickshot. Das war ein mieser Trickshot. Wow. Oh mein Gott. Und ganz ehrlich, du hast meine Route damit komplett ruiniert. Du hast die wirklich komplett kaputt gemacht. Ich kann nichts sagen. Sorry, ich bin sprachlos. Komm her. Bitte treff. Bitte treff. Bitte treff. Komm her. Oh mein Gott. Ich treffe gerade die ganze Zeit so... Obwohl, nein. Yo. 15 Schaden sind für den Arsch. Das war der Hammer. Ich habe es geliebt. Das war ein nicer Trickshot. Aber ich denke ehrlich gesagt, du wirst trotzdem verlieren, oder? Ach Quatsch. Nein, du hast weniger Leben als ich. Du hast nur 55 Leben. Ich habe ganze 78 Leben. Und der ist mit dem Stream. Was bringt dir ein Stream, ha? Ja, gut, hast recht. Oh. Wow. Das ist genau der Route. Das ist genau der Route. Das stimmt. Verdammt. GG? Fragezeichen. Nein, das ist kein GG, aber... Bitte mach Schaden. Der müsste 70... Oh mein Gott. Nein. Ist das gerade wirklich passiert? Ich muss jetzt improvisieren. Pass auf. Ich werde noch gewinnt. Weißt du wie? Erzähl es mir. Komm her. So. Du hast den EMP-Blast eingesetzt. Du Arschloch. So. Nein. Was? Ey. Yo. Das ist niemals erlaubt. Ich habe eine Waffe, die ich noch nie eingesetzt habe. Das fand ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen unfair. Und das... Wow. Okay, die Waffe. Oh mein Gott. Aber ehrlich gesagt, war das jetzt gut für dich? Ja. Weil du hast mir eine relativ gute Position gegeben. Ach Quatsch, du gewinnst jetzt nicht mehr. Jetzt gewinne ich meinen Freund. Komm her. Check. Komm her. Komm her. 22 Schaden. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Oh mein Gott. Und es gibt endlich neue Waffen. Wow. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Na ja, ich denke ehrlich gesagt, du hast trotzdem verloren. Du kriegst trotzdem aufs Maul. Okay, ich kann auch gewinnen. Ich kann auch gewinnen. Du hast 23 Leben. Das reicht nicht. Ich habe eine Idee. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Äh. 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 Oh, bitte. Bitte. Du musst mich jetzt töten. Ist dir klar, ne? Du musst mich... Naja. Nein. Nein. Sagt mit X. Das war wohl nichts. Du hast noch nicht zu 100% gewonnen. Nee, ich habe noch nicht zu 100% gewonnen. Gewonnen. Sorry. Aber. Aber ehrlich gesagt, denke ich, es sollte... Okay, okay. Du hast verloren. Das war kacke. Nein, wieso habe ich verloren? Wieso habe ich verloren jetzt? Du hast verloren. Hey, Digga. Du schau dir meine Leben an. Denkst du, du bist Gott? Oder hast du eine Million Leben? Ich habe 29 Leben. Das sollte doch reichen, oder? Okay. 29 Leben sollte... Ey, sorry. Nein. Aber ehrlich gesagt. Das sind 50 Schaden in meinem Maul. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich habe verloren. Ich habe einfach den Sieg verdient. Ich habe wirklich den Sieg verdient. Ich habe verloren, Mann. Mit so einem scheiß Kritt. Ich hätte einfach nur die Waffe davor treffen sollen. Ich bin da. Ich fange an, ne? Du fängst an. Komm her, Baby. Letzte Runde entscheidet alles. Die Letzte entscheidet alles. Die Letzte entscheidet alles. Bist du bereit? Ich bin so hart bereit. Komm. Bitte? Bitte, 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 bitte. Ein Kritt war dabei. Ein Kritt war dabei. Es war wenig Damage aus irgendeinem komischen Grund. Es war relativ wenig Damage. Aber egal. Aber egal. Du wirst trotzdem aufs Maul bekommen. Hast du gute Waffen? Ja, ich habe vier Sniper. Du lückst mich gerade an. Das weiß ich zu 100%. Und meine Waffen sind gar nicht so... Oh mein Gott, wie kacke war das? Ich dachte, von der anderen Waffe wirklich gut ist, ne? Ja. Habe ich drei Stück. Von der anderen Waffe? Von welcher Waffe aber? Von der. Du hast drei davor. Oh mein Gott. Wow. Aber das war extrem kacke. Das war wirklich extrem kacke. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. It's okay. No problema. No palare italiana. Okay. No pa-pa-pa-pa-pa. Pinata. Bitte mach viel Damage. Oh mein Gott. Nein. Die aktiviert sich ja nicht direkt. Letzte Runde entscheidet, ne? Letzte Runde entscheidet. Genau. Ey, komm schon. Oh, das ist gut. Yo. Jedes Mal. Weil du stinkst. Weil du stinkst einfach. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Ah, ich ticke Damage ins Maul. Wow. Zwei Krits. Lol. Das war richtig gut. Aber damit gebe ich mich zufrieden. Ja, du hast gerade 84 Schaden einfach mal so reingehauen. Ja, obwohl ich falsch geschossen habe. Obwohl du falsch geboren wurdest. Komm her. Triff, 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 triff. Uh, 44 Schaden sind okay. Das war in Ordnung. Aber ich denke, ehrlich gesagt, du wirst hier unten verlieren. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wieso kommst du auch die ganze Zeit mit diesen Scheiß-Magneten? Weißt du, die kripten mich so an. Vor allen Dingen die kripten jedes Mal. Jedes einzelne Mal. Ey, der macht immer 84 Damage. Ey, irgendwie hat mir das Spiel voll Lust gegeben, mehr Trickshots zu machen. Was ich meine? So mehr Trickshots zu machen. Mehr zu treffen und so. Heavy Backroller. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Eventuell. Ja, das war relativ gut. Das war wirklich relativ gut. 80 Schaden. Loll. Leck mich am Arsch. Du hast Sawblade Level 3 bekommen oder Level 2. Aber ehrlich gesagt, muss ich es nicht... Ja, ich sehe es. Das müsste doch Sawblade sein. Also es ist das Einzige, was noch Blade im Namen hat. Und was war das? Ups. Was war das? Ich habe auch zufrieden dagegen geschossen. Hey, hey, hey. Styli, wie war eigentlich der Tag bisher so? Ich meine, das ist schwierig. Ah, bisher war der Tag relativ gut. Und ich habe jetzt eine Waffe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Hä? Nein, gar nichts. Ey, wir sind beide so schrecklich, Alter. Wirklich. Wirklich schrecklich. Aber weißt du noch, mit welcher Waffe du mich mal alimiert hast? Mit dieser Waffe werde ich dich jetzt auch alimieren. Was ist das für eine Waffe, hä? Nein, das ist voll schrecklich. Oh, warte mal kurz. Der wird trotzdem treffen. Der wird trotzdem... Wow. Sieben Schaden. Oh. Oh nein. Nein, ich hätte gerade das Double Damage bekommen. Ich hätte es bekommen, wirklich. Es war genau in meiner Route. Oh mein Gott. Eventuell. 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 Das ist der One Bounce. Ah, das war zu scheiße. Das war zu kacke. Weißt du, wenn man Waffen sieht, die einfach nicht treffen. Das ist einfach so bitter, wirklich. Das ist einfach so bitter. Vor allem, ich habe sogar Waffen, die nicht easy töten können, ne? Ah, ich setze mir einfach das ein, schau. Ist das ein Spider? Ja. Ich wette, die kritet jetzt. Ich wette, die kritet. Nein, die tüten, die tüten nie. Wow, hast du gerade gesehen? Würde ich drei Meter weiter oben sein, ne? Ja. Hätte ich gerade 75 Schaden in einer Sekunde bekommen. Ich mag die Waffe einfach nicht mehr. Ich setze sie einfach nicht mehr ein. Oder ich verfehle mit der Waffe extrem. Immer wenn ich die steffe, tüfte sie nie. Mehr als 25 Schaden. Hä? Überzeug mich, Penetrator. Überzeug mich. Überzeug mich ein in meinem Leben. Ah, 20 Schaden. Guter Treffer. Ja, aber es war nicht viel. 20 Schaden, was will ich damit? Yo. Was willst du damit? Ich meine, hä, 20 Schaden ist doch gar nichts, oder? Ist gar nichts. Und was hast du jetzt? Stopp mal. Jack of... Oh mein Gott, du hast meine Waffe Level 2, oder? Ey, ich hoffe immer, dass ich irgendwie critte oder so. Aber nein, ich critte nie. Komm her, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, nein. Ich kotze mich an. Ich habe ehrlich gesagt keine Waffen mehr. Ich habe verloren. Wow, ich kotze meine Eier durch den Mund auf. Du hast verloren, ja. Ich habe verloren. Ich habe... Was solltet ihr in die Kacke jetzt aber gerade? Das war irgendwie witzig. Wieso hast du die Waffe eingesetzt? In der Position war es doch relativ dumm. Ich finde es so witzig, Alter. Wie willst du noch gewinnen? Sei mal nicht so frech. Sei mal nicht so frech. Komm her. Bitte. Einer trifft. Wow, einer. Sieben Schaden. Leck mich am Arsch. Du hast verloren, mein Freund. Du hast verloren. Oh nein. Okay, jetzt habe ich verloren. Okay, neue Waffen. Was soll ich jetzt noch tun? Was soll ich jetzt noch tun, nachdem neue Waffen gekommen sind? LOL. Und du killst mich wirklich da... Das war so schlecht. Ist es dein Ernst? Warte, meinst du das gerade ernst? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du das gerade ernst gemeint hast. Hast du das eben gerade ernst gemeint? Ich wollte dich so auf eine coolen Art und Weise töten. Ey, du weißt, wie blöd das war. Wow. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Nein. Okay, Leute. Damit beenden wir hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Ciao. Das Ding ist scharf, oder? Ich denke...